im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Komm Heiliger Geist Komm durch die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens deiner so geliebten Braut Komm Heiliger Geist und komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens deiner so geliebten Braut Komm Heiliger Geist und komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens deiner so geliebten Braut Das goldene Vaterunser Als Jesus von seiner Mutter ging und die große heilige Woche anfing da hatte Maria viel Herzeleid und sie fragte den Sohn mit Traurigkeit Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Was wirst du am heiligen Palmsonntag sein? Am heiligen Palmsonntag werde ich ein König sein Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Am heiligen Montag bin ich ein trauriger Wandersmann der nirgends ein Obdach finden kann Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Was wirst du am heiligen Dienstag sein? Am heiligen Dienstag bin ich der Welt ein Prophet verkünde, wie Himmel und Erde vergeht Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Am heiligen Mittwoch bin ich gar arm und gering verkauft um 30 Silberling Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Was wirst du am heiligen Karfreitag sein? Das Opferlam beim Abendmahl Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Was wirst du am heiligen Karfreitag sein? Ach, liebste Mutter mein Da werd ich ans Kreuz geschlagen sein Drei Nägel, die gehen durch Hände und Füß Verzage nicht, Mutter Das End ist süß Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Was wirst du am heiligen Karsamstag sein? Am heiligen Karsamstag bin ich ein Weizenkorn Das in der Erde wird neu geboren Ach Sohn, du liebst der Jesu mein Was wirst du am heiligen Osterdag sein? Am Sonntag freu dich, o Mutter mein Da werd ich vom Tod erstanden sein Dann trage ich das Kreuz mit der Fahne in der Hand Dann siehst du mich wieder im Glorienstand Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen 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 Vielen Dank.